ich habe mit gewick zweieinhalb herzen die wahl aber fließt ab schalte ansonsten mit ja in der hölle besuchen den dungeon mein gott direkt am anfang der folge den dungeon finden wer die letzte folge nicht gesehen hat ist nicht so schlimm wir haben einfach nur gesucht und wirklich nichts gefunden ja gut wir haben es in glowstone und alles gesammelt wie gezeugt aber ansonsten leon alles knapp leon hast du ich meine einer sekunde und hör dann auf alles hast du fackeln dabei oder kohle ich hab gar nichts aber das brauchen wir nämlich ziemlich was zum teufel als ob ich etwas und kill jetzt egal nein 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 dass das bringt sich das lohnt sich nicht das gehe ich nicht du es nicht du es nicht du es nicht wenn du es tust du es einfach nicht okay du es einfach nicht goldschwerden verhandeln goldschwerden ist unnötig ja nicht machen geben mir doch schwer nein tu es nicht leon ich baue mich ein sofort ich baue mich sofort ein kriegst du mein weiß goldschwert ist nicht gerade das schlechteste schweiß schluss mit den kleinen pischern noch vorhanden alles klar ich denke ich würde sie schlagen wie wir wissen sterben oder wir werden penetriert die ganzen tag und nachts ich hab nur noch 15 fackel also müssen mal langsam irgendwas finden sonst gehen wir echt die fackeln aus ja was lol und wie weit sind wir eigentlich schon runter der hat auch ein paar zauber der goldschwert gibt mir das nein leon tu es nicht ich bin jetzt runter brennst du schafft das oder ja ja was machst du da eine treppe bauen und versuchen nicht zu was ich hol was ich hol was raus habs habs geil leon hier mit seinen profi skills hat er ist schon der gast wieder könnt ihr hier mal eben den chat lesen was wir hier so geschrieben haben nichts besonderes irgendwie ich hatte ein halbes herz als so krass wachsam bleiben nicht pennen also gut ich bleibe jetzt besser vorsichtig sieht es nicht schön aus mit scheißiger so lange die funktioniert aber du bist du bist du ich bin weitergegangen da war ich aber wohl schreien gefallen und ich höre ein gast wenn der mich schubst dann kann nämlich mal vorne und hinten und das ist nicht ich habe noch acht fackeln also wenn dahinter jetzt kein land ist dann haben wir ein ziemlich großes problem könnte man sagen aber gut ich habe vorhin netze folge ja kordis abgespeichert dann könnten wir uns da einfach hin bewegen wie wie viele blöcke sind davon jetzt schon entfernt sehr viel das ist jetzt wirklich nicht wahr was wieso ist ein enderman wieso bist du hier so wie angreifen er tut es einfach es hat bei mir richtig nicht gelehrt gerade gehe weg ich habe mit hier nehmt alles was ich habe ich brauche rausgetappt wenn es gas kommt ich höre schon umgebracht ich hab dir gesagt oh gott wieso hast du noch angegriffen halte leon ich habe meine blöcke möchte ich muss eben hier ich muss eben ein paar blöcke farmen folgt ja wenn wir eh niemals werden nur damit das weiß wenn hier nirgendwo mehr fließt bei uns finden nicht mal wenn wir einen fünf stunden spiel machen oder so wenn wir auch nicht wie sie überhaupt hier hingekommen hast du eine enderperle bekommen ich habe so gedacht leon lockt dich aus aber nein hätten wir dritten stride ich habe ihn kaputt gegangen ich habe ihr noch drei stück in meinem tag vier spitzacke meine eisen benutzt die ich gebe dir den stein ich habe eine festung ich soll mir da hinkommen warte 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 ich komme eben ich höre ein gast komm her komm her hier ich gebe dir eine spitzacke nimm die nimm die dies ist zwar stein aber das geht da einfach weg alter wo ist die denn ich sehe sie nicht ist hier unten irgendwo und ich höre ein gast komm hoch ich komm hoch da irgendwo ein gast müssen wir erstmal killen hä wo ist ist es ist es eine festung bei mir ist es so dunkel ja ja das ist eine festung ja geil aber das schaffen wir nicht gar keinen fall schaffen wir das einmal schubs ich trau mich nicht runter ich schau dir zu und ich hab gerade ein paar pass auf pass auf renn ich sehe den gast kill ihn ich muss auf den netherrack pass auf leon colvin colvin leon ich komm nicht rein leon oh god du machst mir so fette angst aber sowas von ich hab nur noch einen wasser einmal ich hab noch drei ich versuche so so gut wie möglich dass ich auf den blog gegangen bin oh mein gott ach da bist du lol da schwebt einfach in der luft hast du abgebaut alter nein wenn man einen block hinbaut ist das ein block update und dadurch geht der gravel dadurch da unter ihm nichts ist und da der so random generiert wurde kann ich runter kommen könntest du ja bau dir aber lieber noch ein safe way ich versuche so wenigstens aber einfach wird es nicht oh gott ich mache einfach so dass du schiss dass sie eine lohe ist der hat ein steinschwert wer das ist kein zombie pikmin dann ist es ein würde das gelät hast du mir direkt für mich nicht viel sehr wenig ich komme zu dir schaffst du das wollte ich läge ich ruckel so ich baue hier noch ein bisschen stein ab weil wir brauchen wie sehr sehr viel werden diesen ganzen heute noch machen und ich brauche mal keinen cut also wie gesagt wir werden den deutschen heute machen schaffen hoffentlich mal schauen und dann werden wir endlich unsere das haben wir endlich mal hier was hin weil das mich gerade ein bisschen da wo ist denn da er hat ein von uns gesehen oder bin an safe ich könnte zu dir hochkommen wo leute ich brauche jetzt endlich mal hier was hin weil das mich gerade ein bisschen ab wo alter wo ist er denn jetzt irgendwo dort hinten leute gibsten so was ich glaube der ist unter mir unter die unter die slava ja und ich glaube ich habe ja ist ja dann schon dann schon ist bonner so klar wo ist denn der jetzt ist das irgendwo hier oben oder so welche mich aber jetzt so weit hin bewege und so dann der ruckelt ist weil es ja laden muss da hinten da ist ein wieder skelett vielleicht kriegen wir von dem sogar ins kopf aber ich glaube nicht 1 zu 200 chance dass wir einen mit das kopf bekommen nein mal ich da habe ich wir können jetzt runter ich habe eine treppe ja aber warte dann kommt das ist das jetzt hier ja nicht so schiss so schiss wie so ein keine ahnung das ist kein winter skelett das normale skelett die gibt sie nicht doch können die nicht einfach so spawnen nein dies wurden aber zu 20 prozent aus mit das geletzt worden alles klar und ich habe angst dass die blöcke für mich ich packe die enderperlen lieber in den safe slot nicht wirklich kannst du machen aber was ist wenn du laber fällt aber wird ja auch glaube ich akzeptiert als teleportation nein 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 glaube ich nicht weil wir da sind kein fester block sind ok kommst du ja warte ich glaube ich habe über mir zugebaut kann sein jetzt runter kommen einfach unter hier oben sind wir safe ich gebe mir mal ein paar blöcke ich muss nicht weiterbauen ich habe nur zwölf es wird genügend hoffentlich oh gott ich bin jetzt hier ich baue hier weiter ab ich brauche ich sehe da auch ein witherskelett ich habe auch gott ich werde fast runter gelaufen leon mal null fast löschen gehe ich einfach vor ich bin noch nicht da ich bin noch nicht zu dir gekommen ist jetzt zwei witherskelette unter mir ich setze einfach mal eine fackel hin dort sind ein witherskeletten zombie pigment und normale skelett wir müssten zu es wäre schlauer die skelette erst mal runter zu schubsen oder mit dem bogen oder nein dann kriegen wir ja nix raus gib mir mal deine feile ich komme zu dir du bist mir vor ich habe dir doch falle gegeben immer alle ich habe keinen bock an den wunderskeletten ich gebe dir noch sechs ich gebe dir noch sechs habe ich ich weiß nicht reichen die perl was für den bogen hast du power 2 oder power 1 stärker 1 dann kämpfe ich mit meinem ich habe so gut wie gar nichts mehr alter oh gott ich wäre fast und die haben ich gesehen adios amigus nein nein leon pass auf oh gott schießen die schießen die schießen die schießen komm her hier ist unser safe verfolgen die uns ne oder würden sie nicht da ist ein zombie pigment auf unserem weg gerade gespawnt da unten sind zwei ich weiß ich weiß leute ihr seht das nicht richtig war das dunkel ist aber ihr könnt ihr wenigstens nicht weiter dort sehen und ich sehe sie nur augen und ich wetter ok mike gibt es mir eben deine schuhe bitte ich brauche komplette rüstung und zwar krasse ich weiß nicht wieso hast du deine schuhe zu holen und deine fehler manchmal eine schutz ja ja wir sind fast kaputt nein ich meine die die du dir eben gemacht hast mit federfall 3 damit zu wenig falsch an wie möglich bekommen dann kriege ich aber wieder klar kriegst du nicht auch deine falle denn allerdings falscher was für eine hose hast du schutz 1 und haltbarkeit 1 meine brustplatte habe ich zum glück auf protection schluss sicher alien ist ein blödsinn das ist unfair aber das kriege ich wieder müssen ich baue hier mal ein bisserl safer weil ich will ich muss erst die winter skelette bekommen damit ich runter kann ich habe null bock das projekt zu wenden was macht mir so weniger spaß jetzt ernsthaft ich muss die mutter skelette wegbekommen muss ja sonst komme ich gar nicht runter oh gott oh gott ich bin ich super und safe okay jetzt gehst du mit ich muss über das glück da unten wegbekommen ich sehe sie halt genau weil ich mein gamma auf 20 erhöht habe dass ich dann hat gemäß auf fünf und wird pass auf ich weiß ja 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 und schubsen achte ich mein block update okay hier drunter sind blöcke na gut gut okay ich gehe jetzt runter dort sind uns in loben wir müssen die winter skelette da und bekommen sonst geht kann ich ja nicht runter ich hab so angst leute ich bin entschütze ich hab die rot zum ron ich hab die rot zum ron vor cyber aber erst mal müssen wir die mutter skelette dort um wegbekommen okay wie glück ich baum ist ein block ab ich bin ich kann ich keine lohn ich wollte nicht nur das weiß so leute ich setze mal ein bisschen feuer hin damit ja nicht so eine dunklen bildschirm habt die folge ist auch zu bestellen aber wenigstens ein bisschen action okay geil ich würde sagen das zweite zweck können runter warte dann baue ich aber hier drei dreier weg nicht so ein einsaal wie du das hast und ich sollte nicht ich habe mir angewöhnt zu rennen aber ich darf nicht das normale skelett ich mache ich habe keine ich lebe ich lebe ich lebe ich lebe ich bin runtergefallen ich lebe entweder du baust dich ein oder du ich bin bei einem somit pick man alles safe okay ein neues von mir sind eigentlich richtig ich habe ich nicht baue ganz viel ab damit ich ich habe zum lück manche blöd ich habe ein steck zu hause gelassen ich habe auch gar keine blöcke dabei ich habe alles ich bin ich bin ich bin gerade mal so viel ab ist meine spitzart kaputt geht ich brauche ein steck blöcke so ein steck du sagst wenn du rüber gehst ja ich sag dir bescheid weil die lohn sind jetzt da ich dachte ich weiß ob ich denke oder ich dachte halt dass man wenn man brennt das wasser unter sich setzen kann und dann ist man doch sofort es ist was die zweite aber wenn es nicht mehr ist das nicht so dachte ich immer wie komme ich dazu schon gar nicht schon gar es ist nicht gut deshalb war dann in deiner richtung nicht bei mir weil es schon seit gott wird eingeschrieben leute ich stelle mich auf privat ich habe einen gast und ich bin an safe super an safe hier würden wir runterfallen leute müssen richtig aufpassen ich bin da oben soll ich versuchen rüber zu kommen oh scheiße da wird eigentlich wenn ich brenne ich brenne ich brenne selbst wasser und kommen rüber okay ich habe nicht lange gebrannt komm rüber siehst du mich nee ich stehe ich komme nicht da ich sehe dich ich komme nicht weg hier oh gott leute muss drauf gehen ich muss drauf gehen glaube ich nein ich sehe den gast hinter mir bau dich ein hab den gast ich sehe dich da unten leon hier schoss ich mich ich habe oh gott nicht dass jetzt auch ein b und dann müssen wir raus gehen und sammeln und das habe ich keinen bock dieser scheiß gast mit direkt so auf neue schießt pass auf das schießt ich hab dir schon längst tot mann sicher mag mal am blöcke haben wir auch genug oder wochen wieder von der woche ich bin safe ne und ich weiß sie wollte unbedingt ja mike geh endlich rüber kann es aber kommen ist nix mehr hier ich habe alle logen getötet und alles gelesen kannst du war dann kriegst deine rüstung auch wieder komm komm einfach jetzt fällst du so runter weil du zwei block weg gehst und stopp kannst runter kannst runter hallo ich lebe okay ja war hier alle lol meint du bist abgeschossen sind auch lohnen deshalb die wir meine hohe und meine schuhe wieder ich habe noch ein goldapfel vor sie selber leute wir sind drüben und dort ist sie dort ist die lohe dort ist die lohe ich kann grad echt nicht kommentieren aber da oben lol nicht nicht block update die hätten wir oder mann leon hat uns jetzt nämlich gesehen wo die zu den wenn die weg die weg die weg die weg die weg du hast das die geld ist immer noch bei mir so dunkel muss ein bisschen hat die loge triggert kommt die kommt von die ist dahinten dass da rein lassen dass hier ein jolo pass auf überall können wieder skelette sein und wir sind nicht ohne dass noch einer geschichte schießt und gibt's noch ich wollte die links haben schießt erschießt ich habe die blaze rot ich habe die blaze rot nice und niemanden unschuldiges angreifen was kaputt gegangen das endermann du willst mich doch oder da waren gerade so augen das macht was dann das ist ja wirklich einer glaube ich glaube ich glaube ich aber wegbekommen war ich auch den haben wir so gestillt genau dieses magma tübt ja wo ich ein augen sie sind eins dauernd weil es geläte doch ein ich habe mich gesehen also dass ich auch keine ich habe sie noch mal einmal geläte ich war von die blöcke hier ich gibt ja du wirst nicht lange brennen wirst nicht lange brennen gib mir die blöcke schnell das ist ein skelett ein echtes hier einsteck nehmen einfach den stack ist mir egal nehmen einfach den stack ok sind wir safe sorry leute dass wir das jetzt ich brauch gleich wieder essen pass auf alter können wir noch mal rüber ich hab null blöcke null von irgendwo oben ich will die laba hier weg machen wo ich hab echt auf borna ich hab ins borne nice bau ihn ab ein oder umranden das bringt nichts ich stehe nicht hinter dir auf als hilfe brauchst ich baue hier gerade den labasee zu ich baue hier mit sand zu damit wir wissen was wir hier ab war laba fließt ab schau dir und mit sand damit wir oh scheiße ich kann nichts machen Leon wir sind safe bei mir hat es gerade so geruckelt ich konnte nichts machen und ich kriege ah geil antivira ich lieb dich boah alter ich hab nur keine blöcke mehr du hast keine blöcke mehr ich hab höchstens kies und ein bisschen holz gib mir das holz nein nein holz brennt ja wir sind am marsch ne eine müsste vielleicht zurückgehen aber wir raus was ich brauche einen block ich brauche einen block ich hab kies hier mein kies lol so hast du es bekommen hier die vira irgendwas pass auf ich weiß nicht ob die es aufbrennt die lava fließt ab nein die lava fließt ab okay dann ist eine experience aber scheiß auf die die sind nicht so wichtig dort liegen vielleicht noch drops von irgendwo höchstens die ganze geschießereien aber hier ist nichts hier ist nichts oh mein gott ein kopf ein kopf hast du ihn hast einen kopf was auf leon nicht erschrecken oh nein noch zwei noch zwei ja leute ich hoffe ihr seht was die folge müsste ich eigentlich auch schon beenden ne ok hier geht es nicht weiter antivirus irgendwas oh gott geht es nicht weiter zackgasse aber nice dafür hat sich gelohnt diese action für den kopf dort haben wir auch noch einen spawner ja und die werden schießen oh man antivirus soll er sich bezahlen folge ist beendet ja wenn wir uns beim nächsten mal lasst eine positive bewertung da und dann sehen wir uns bei der nächsten folge ja haut rein und tschüss ja nächstes folgen werden wir wahrscheinlich an den blazes sterben ja genau nein so Il